Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Reinhard Grindel zeigte sich beim 4. Amateurfußballkongress des DFB besorgt Urheberrecht Getty Images Kassel. DFB-Präsident Reinhard Grindel sorgt sich um den deutschen Nachwuchsfußball und zeigt beim Amateurfußballkongress des DFB auf, wie dieser gefördert werden kann. DFB-Präsident Reinhard Grindel sorgt sich um genügend Raum für Fußballplätze in Deutschland, der Kampf um die Flächen in unseren Städten wird immer härter. Wir haben zu wenig Fußballplätze und hier vor allem Kunststraßenplätze, sagte Grindel beim 3. Amateurfußballkongress des DFB in Kassel. Grindel fürchtet gerade im Nachwuchsbereich große Nachteile, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen. Punkt. Anführungszeichen. Wir wissen aus Studien der Sporthochschule Köln, dass neben der Qualität des Trainers eine gute Infrastruktur darüber entscheidet, ob ein Kind beim Fußball bleibt oder nicht, sagte Grindel und nahm die Städte, die bei der Heim-EM 2024 Austragungsort sind, in die Pflicht. Unsere Forderung ist klar, alle Ausrichterstädte müssen mehr Fußballplätze schaffen und überlegen, was sie tun können, um die Vereine zu stärken. Unsere Forderung ist klar, alle Ausrichterstattte müssen mehr Fußballplätze machen und überlegen, was sie tun können, um die Städte zu stärken, um die Städte zu stärken, um die Städte zu stärken, um die Städte zu stärken. Wir wissen, was sie tun können, um die Städte zu stärken, um die Städte zu stärken, um die Städte zu stärken, um die Städte zu stärken.